ja und somit herzlich willkommen zurück zu let's play minecraft eine neue aufnahme session und wir sind jetzt hier zurück ich habe kurz die steinchen geholt oder was habe ich gemacht ich wollte irgendwas holen und was habe ich geholt keine ahnung resten vielleicht keine ahnung und was habe ich geholt ist schon wieder eine woche her irgendwie kann ich mich daran erinnern ich habe kurz die aufnahme beendet um was zu holen und was habe ich denn geholt hier brauche ich ja auch noch steine was habe ich geholt ich habe mein clauston habe ich mit dabei steine bräuchte ich noch das wird sein dass ich den rest und frei vergessen habe oder ich glaube es war der redstone habe ich weiß nicht genau so drauf geschissen hier mal ein paar steinchen die brauchen wir natürlich auch noch so was haben wir hier haben nur koppel 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 das heißt nehmen wir gleich wieder drei stück mit die kohle jetzt hat man auch mitnehmen so koppel hier rein 1 2 3 4 5 6 7 8 dann einmal hier rein 1 2 3 4 5 6 7 8 und dann nicht hier noch rein so die kohle kann man da lassen ja so selber steine ja müsste passen keine ahnung mal gucken so wir klettern wieder nach oben und dann werden wir endlich mal das herz stück des leuchttums mal anfangen zu bauen ich denke auch vollenden denke ich mal es wird mal spannend weil ich weiß ich mit restaurant kenne ich mich nicht so gut aus ich habe mir das mal wo abgeschaut ob geschaut und ich habe aber ich glaube gar nicht so viel steine weg will jetzt bisschen noch weg machen so erst mal überlegen wie fangen wir an wir müssen glaube erst mal erst einmal müssen oder glaub hier so eine wand reinziehen ich hoffe ich mache das jetzt auch alles richtig weil sonst wird es ein bisschen blöd das dürfen wieder alles neu machen so zack 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 aber ich muss mal kurz überlegen wir haben jetzt hier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Stück wie war das noch mal das war ein bisschen überlegen also 88 brauche ich ganz sicher vor was war der neunte das weiß ich jetzt gar nicht so genau ich hoffe ich mache auch alles richtig wenn ich will obwohl es muss ja eigentlich richtig sein weil wenn ich den stein hier hinsetzen muss ich den drüben ja auch hinsetzen dann habe ich ja keine neuen mehr sondern sieben aber acht ganz sicher also muss schon passen hoffe ich zumindest mal so machen wir hier mal zack 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 oder das war auch gerade es war auch gerade müssen knapp wäre fast recht da runtergeflogen so das hier noch mal hier die passage hier mal weg ich weiß nicht meine ganzen steine hier weg verbauen weil Ich brauche hier noch was So Wie ging es weiter? Gute Frage Ich glaube nämlich Ja, für die Leute, die jetzt fragen, was ich mache und so Ich habe mal bei Spark of Phoenix Habe ich mal so ein Tutorial gesehen Und so, der hat auch mal gezeigt, wie er so ein Leuchtturm gebaut hat Und das Geile ist, wir machen das Ganze jetzt mit Hier mit Sticky Pistons und mit Closetown Das heißt, der Closetown, der fährt immer aus Und fährt wieder halt ein Das wird dann so ein So ein komisches Zelt verzögertes Elektrisches System Dass halt der Closetown immer wieder verdeckt wird Von dem Stein und wieder angezeigt wird Das heißt, und dadurch entsteht halt die Drehbewegung von dem Leuchtturm Und das versuche ich jetzt irgendwie nachzubauen Aber ich bin gerade überlegen Wenn ich hier Vor allem, wie baue ich das hier, wenn ich hier 9 habe Das passt doch gar nicht, oder? Wie bin ich auf 9 gekommen? Wir brauchen nämlich Ich weiß immer was von 8 Und dann 4 Und bin ich doch hier falsch Warum immer 9? Das stimmt doch jetzt auch nicht Das stimmt doch gar nicht Kann das sein? Ich habe immer gedacht, 9 Warte mal, ich habe mal da Irgendwas habe ich ja mal damals aufgeschrieben Ist jetzt ein bisschen blöd, muss das ja weg Aber hier habe ich doch auch 9 aufgeschrieben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Warum habe ich 9 immer aufgeschrieben? So, wieder hier die Kammer rein Damit ich mich sehe So, ähm Verstehe ich das wirklich nicht so ganz Dann müsste ich das ja theoretisch irgendwie anders bauen Vor allem, wenn man das doch gar nicht mittig Bei einer 8er Länge Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Da 10 Und dann 18 insgesamt Das passt ja gar nicht So, ähm Wie mache ich jetzt weiter? Bin ich mal am überlegen Oder wie war das? Wir fangen hier an mit dem Redstone Oder halt mit den Repeatern auch Damit das alles zeitverzögert Sich immer aus und einfährt Aber dann haben wir hier eigentlich 8 Und dann kommt der da Der wird auch noch von hier angefahren Dann zweimal von oben Und dann, hä? Mich da ist wirklich richtig? Ich bin mir da gerade ziemlich unsicher Ähm Oh, es wird schon Nacht Ich glaube, ich muss mir das Video nochmal anschauen Weil irgendwie passt das nicht Oder eigentlich War mir eigentlich ziemlich sicher Ich mache mal einen ganz kurzen Schnitt Und muss nochmal nachschauen Weil irgendwie sonst Verbaue ich mich hier total Und dann ist alles falsch Und dann ist Ja, alles kacke Ja, und da sind wir wieder Ich habe nochmal kurz nachgeschaut Ich meine Zur Kontrolle ist es nochmal besser Dass ich da nochmal kontrolliere Und das hat sogar gepasst Ich weiß gar nicht, was ich gerade mit den 8 hatte Also, so Es geht weiter Würde ich erstmal sagen Wir machen Nein, nicht so Ähm Hallo? Muss ich da irgendwie so nach oben gehen Damit er so Hallo? So Ah, okay Machen wir es halt ein bisschen umständlich Ich weiß nicht, wie es besser geht Aber irgendwie Müssen wir so, glaube ich Ziemlich direkt von oben bauen Damit der auch so nach oben schaut So, wir machen erstmal hier die Sticky Pissions hin So Einmal so Und zack So, hier muss ich mir noch was überlegen Ich muss ja das hier noch weg machen Ah, wir können einfach jetzt so laufen So, passt das auch Statt immer so blöd zu springen Dam, 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 dam Ich weiß gar nicht, wie, warum habe ich jetzt plötzlich gedacht, dass es 8 sind Irgendwie war das dann doch irgendwie komplett falsch So, zack Ähm, passen meine Boah, okay Doch Ich wollte gerade schon sagen, hey Perfekt gepasst, okay Hab schon gedacht So, das wird ein bisschen eng So, und zwar Machen wir jetzt so weiter Wir machen jetzt von außen hier so eine Schicht hin So, la, 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 la So, und zwar Ähm, mache ich das jetzt, damit wir die Sticky Pissions von außen verdecken Also, vor allem, wenn die ausgefahren sind Müssen wir hier ja nochmal einen Stein drauf Weil die ja so nach oben gehen Weil sonst würde man sie ja von außen sehen Deshalb Mach ich erst mal da einen hin Ja, genau Obwohl der eigentlich Ah, ne Na, ne Komm an Wir machen das so Den baue ich gleich wieder weg Obwohl, der wird ja ätern Eigentlich ist es gerade egal Wir müssen da drauf nämlich auch noch Steine setzen Habe ich überhaupt eine Spitzhacke dabei? Ist jetzt eigentlich gerade egal Ach, komm man So, jetzt sollten wir erstmal runtergehen Und ein paar Steinchen holen Oder, beziehungsweise Wir überlegen uns erstmal hier was Öh, warum habe ich jetzt das Ding wieder weg? So, erstmal hier hin Kann man das Ganze erstmal hier abbauen Ja, am besten überlegen, wie wir was machen Erstmal hier den Stein weg So, und dann Machen wir erstmal das hier weg So Den kriegen wir von unten noch So, man Das war auch so Eine tolle Aktion hier mit der Erde So, ist ja eigentlich egal In welche Richtung wir gehen Oh Okay Ach komm, ich kann auch von unten abbauen Man Statt da Blöd da oben rumzutun So, mal gucken Komme ich da hin Yo So, ist doch schon mal Ein bisschen einfacher Kann ich auch nicht runterfliegen So, zack, zack, zack So, dann brauchen wir den Block Hier auch nicht mehr So, den kriege ich auch noch Sehr schön So, dann machen wir noch kurz hier Die Bahn weg So, und dann Gib mir hier Wetter Lalalala Lalalala Nachher nochmal hochsteigen Kann man sie auch nochmal wegbauen So, aber die sammeln wir alle noch grad ein Oh, essen sollte ich auch mal langsam wieder So, das kann ich hier drauf So, einmal chicken So, wie machen wir es jetzt mit dem hier Das ist jetzt ein bisschen blöd Ich kann die Steine kurz mal verwenden, um hier zuzumachen So ein bisschen Zack, zack Oh, hier ist nochmal ein Erdblock So, das muss ja jetzt hier nicht perfekt sein Ich meine, die Steine reichen ja nicht aus So Ich würde einfach sagen Wir machen einfach bis dahin hier Und dann gehe ich einfach mal hier Oder so, mach mal da so Obwohl, ich brauche ja hier noch die Redstone-Schaltung Das heißt Oder ich mache es halt einfach in dem Raum hier drin Dass ich einfach hier irgendwo hier in der Mitte durchgehe So, hier brauchen wir noch einen zweiten Platz Wir müssen ja gucken, wie hoch das ist Weil das sollte natürlich dann gleich hoch sein Weil das ja auch so eine kleine Markierung war Für mich Ach so, jetzt bin ich wieder unten Super Oh, bin schon der hier gekommen So, und wie hoch war das? Ich würde sagen, das zähle ich jetzt am besten Indem ich nach oben gehe und alles abbaue So kann ich das Ding mal am besten zählen So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn Dreizehn Stück So, ich hoffe, ich habe alle Leitern So, dreizehn Das heißt Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn So, und jetzt nach unten Ich habe Angst Kann ich hier unten nicht noch irgendwo? Ah, jetzt passt das So, zack Oh, das funktioniert fast Warum habe ich jetzt Ach so, scheiße Hier unten Hier fehlt es mir noch Und hier komme ich nicht weiter nach oben So kann ich hier hin Und dann zufällig Hier komme ich hoch Dann brauchen wir noch ein, zwei, drei Vier Leitern Ja, komm, das kriegen wir irgendwo her Denk ich mal Vielleicht von unten Wir brauchen hier sowieso Stärke Deshalb gehen wir mal runter Ich bin gespannt, wie weit die sind Oder ob die überhaupt weitergemacht haben Aber ich denke, so weit war ich ja Ist ja auch nicht weg Steine haben wir Kommt gerade gar keine mehr Oh, okay, die sind fertig Sehr schön So, hier noch Und dann würde ich sagen Wie viele Kobbelsteine brauchen wir Ich würde sagen Zwei Stacks mitnehmen Ich glaube, ein bisschen viel Wir nehmen mal Einmal Ein und eine halb mit So, die tun wir hier in die Ecke rein Knochen brauche ich eigentlich gerade auch nicht Und den Rest nehmen wir mal in den Ofen rein Aber neun reicht auch nicht Wie viel kann man daraus machen? Ein, zwei, drei So vier Stück Also nehmen wir nochmal vier Stück rein Okay